Hi Leute, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid zum Safe Games Sonntag. Ja, für uns geht es heute in die Niederlande und zwar zu Ajax Amsterdam. Und zwar hat mir der Daniel da einen Safe geschickt, auf den ich mich jetzt schon sehr gefreut habe, weil es für mich eben auch jetzt, ich habe nächste Woche Urlaub, tatsächlich in die Niederlande und zwar nach Amsterdam geht. Das heißt, ich freue mich da sehr darauf. Ich werde auch eine Stadiontour bei Ajax machen und das Spiel ist leider keines, das geht sich gerade nicht aus, dass ich mir da eins anschauen könnte. Aber zumindest eben die Stadiontour möchte ich machen. Und jetzt habe ich gestern gerade die neuen Saves runtergeladen, die ihr mir so in der Zwischenzeit geschickt habt. Und da war dieser Safe dabei und dementsprechend ziehe ich den jetzt vor, weil es für mich einfach ganz gut passt zur Einstimmung. Und ja, dementsprechend, wie gesagt, ich habe sie in den beiden Let's Plays erwähnt, aber kann ich natürlich nicht ganz so gut auf Kommentare in der nächsten Woche eingehen, zumindest in den Videos nicht, weil die nächste Woche vorproduziert ist. Wobei sie das ja meistens ist. Also ein paar Tage produziere ich ihr immer vor. So, wir schauen mal kurz, was der Daniel geschrieben hat. Ich glaube, der Daniel ist kein Mann großer Worte, denn er hat nicht viel geschrieben. Er hat geschrieben, sieben Jahre hat er gespielt. Er hat sich für den Safe entschieden, weil Ajax durch die Transfers viele Schlüsselspieler und den Trainer verloren haben. Und das stimmt natürlich. Und wirklich sportlich gut laufen tut sie jetzt bei Ajax, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, da ist Feriener-Tabellenführer momentan, der Rivale, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und bei Ajax hast du natürlich immer das Thema. Also diese Jugendakademie ist halt einfach grandios. Und dann haben sie auch noch ein super Scouting. Das heißt, sie bringen immer wieder junge, talentierte Spiele raus. Das heißt, du hast bei Ajax eine irrsinnige Fluktuation. Und das ist eigentlich die große Herausforderung im Safe. Weil wir sehen hier oben in der Tabelle schon, dass er es gleich im ersten Jahr geschafft hat, Meister zu werden. Ich sage jetzt mal, die nationalen Ziele, die werden wahrscheinlich relativ gut erreicht worden sein. Spannend wird es zu sehen sein, wie er international performt hat und wie er eben immer wieder diesen Umbruch geschafft hat. Oder ob es ihm vielleicht auch gelungen ist, die Spieler zu halten. Sein Ziel war es, bereits im ersten Jahr den größten Teil des Umbruchs vollbracht zu haben. Was ist ihm gut gelungen, viele junge Spieler zu verpflichten mit einer geringen Ablösesumme. Im Gegenzug dafür eine Ratenzahlung über drei Jahre. Lange Vertragslaufzeiten der jungen Spieler durch Option der Drei-Jahres-Klausel. Boah, die habe ich glaube ich auch noch nie reingepackt. Im Nachhinein hätte er nichts anders gemacht. Das ist auch nichts Kurioses passiert. Bester Einkauf war Mokoko. Okay. Bester Verkauf Harto. Möchtest du etwas anmerken? Nein. So kurz kann es sein. Zwei Minuten mit meinem langen Gequatsche davor. Aber vielen Dank Daniel. So, wir schauen einfach mal rein. Und da sehen wir jetzt eh, im Endeffekt, ihr habt es eh schon ein bisschen länger anschauen können, dass er vier Punkte Vorsprung hatte auf Feyenoord zum Schluss. Dann haben wir Alkmaar Eindhoven nur auf der Sieben. Damit auch nicht international qualifiziert. Das ist auch schon mal spannend. Im Jahr darauf Eindhoven nur auf Platz 11. Ich weiß nicht, was bei denen da los ist. Das ist ja unglaublich. Er mit 83 Punkten Meister. Hier mit 85. Da ist Eindhoven wieder dabei. Da sehen wir auch, die ersten drei sind Champions League Plätze. In der neu formierten Champions League, die ja durchaus interessant werden dürfte. Ich bin schon sehr neugierig. Ich habe es ja in meinem privaten Safe mit Sturm Graz gerade. Und es ist einfach schräg, wenn du Champions League spielst. Und da steht dann oben in dieser Zeitleiste im Wochenablauf, dass du gegen den Tabellen 31. spielst. Irgendwie ist es schräg. Aber schauen wir mal. Vielleicht ist es eh ganz cool. Sieben Punkte Vorsprung. Dann haben wir hier eine relativ deutliche Meisterschaft vor Eindhoven. Hier wieder vor Feyenoord. Also man sieht hier, dass die eben kaum gefährlich wurden. Also sie haben kein einziges Mal die 80 Punkte erreicht, die Verfolger. Und er ist da relativ souverän durchgekommen. Aber das ist jetzt auch nicht tragisch. Das ist das, was ich glaube auch relativ gut und schnell zu erreichen ist in Amsterdam. Die Frage ist eben, wie er das mit den ganzen Transfers gemacht hat. Da bin ich mal wahnsinnig gespannt. Also im ersten Jahr Zugänge 324 Millionen, 152 eingenommen. Du hast im ersten Jahr ein Transferminus von 170. Wie? Hm. Das finde ich schon mal spannend. Also das ist natürlich wirklich interessant, wenn man da jetzt noch so die anderen Jahre durchschaut. Ich meine im ersten Jahr wird Ajax natürlich auch einiges am Budget haben, aber 170 im Minus ist halt krass. Das einzige, was sein könnte, ist, dass da vielleicht schon irgendwas vom nächsten Jahr reingespielt hat mit zukünftigen Verkäufen. Aber vielleicht kannst du uns das kurz erklären, wie du das zusammenbekommen hast, weil 170 Minus ist ein bisschen heftig. Also ich habe gesehen, In-Game-Editor verwendet hast du nicht, aber das ist natürlich eine heftige Geschichte. Bin ich mal sehr gespannt, wie du das gepackt hast. Schauen wir mal kurz durch. Was du auf jeden Fall gemacht hast, ist, du hast viele Spieler für jetzt vermeintlich kleine Summen. Ich meine 45 Millionen sind auch nicht ohne. Aber was ist das heutzutage im internationalen Fußball schon? Du hast sehr, sehr viele Spieler geholt. Das heißt, du hast ja im Endeffekt versucht, diesen Umbruch irgendwie gut hinzubekommen. Wir sehen hier, schauen wir mal auf die Verkäufe. Also Bergwein hast du zu Milan verkauft. Dann haben wir hier Alvarez zu PSG. Relativ günstig für 25 Millionen. Berghaus, Blind, Kudus, Krilic ist weg. Also da hast du schon ordentlich umgebaut. Ich weiß gar nicht, wer da noch übergeblieben ist von der Mannschaft. Wahrscheinlich niemand. Pedro Poro rechts hinten, den haben wir in unserem Barca-Safe gehabt. Hat da große Freude bereitet. Den hast du jetzt noch, seit dem ersten Jahr, was ich schon mal cool finde. Moukoko für 37 hast du auch immer noch. Das heißt, man sieht, dass du hier auch, der Nächste, dass du jetzt vielleicht gar nicht so die große Fluktuation gehabt hast. Sabani, sehr interessanter Innenverteidiger. Dann Antonio Silva, auch noch immer bei dir. Das finde ich schon mal sehr beeindruckend. Scalvini, auch noch immer da. Valde, auch noch immer da. Da bin ich mal gespannt, wie viel du dann in den nächsten Jahren überhaupt noch verpflichtet hast. Zingo ist noch immer da. Luca Romero, noch immer da. Paul Wanner, theoretisch noch bei dir, aber verliehen an Napoli. Dann haben wir Dennis Simon, der deine Nummer 1 ist, so wie es aussieht. Tottenham interessiert. Scalder Rupp ist auch noch immer da. Mit dem haben wir auch viel Freude gehabt, schon in der Vergangenheit. Auch ein sehr, sehr spannender Spieler. Dann haben wir den, wo ich den Namen nie aussprechen kann, aber der mir auch sehr, sehr gut gefällt. Dann, uh, Salzburger Megatalent mittlerweile beim HSV, auch spannend, 30 Millionen Marktwert. Du hast ihn geholt für 6. Dann, also Millionen, Valentin Barco bei Porto. Damit sehen wir schon, dass die oberen, eigentlich alle noch bei ihm sind, die unteren Amsätze anscheinend nicht ganz so gepackt. Dadro Fofana, der auch ganz interessant ist, mittlerweile bei Betis. Dann Chiellini und Buffon geholt. Zwei Jahre war Chiellini bei dir. Buffon auch bis 2024. Mittlerweile U18 Assistenztrainer. Das sehen wir halt auch von den Fähigkeiten im Moment noch nicht wirklich gut, aber vielleicht wird das Dani Alves, das hast du dir auch noch gegönnt. Dann Luis Suárez. Also ich finde es schon cool, dass du solche Spieler dann halt auch geholt hast. Da haben wir schon den ersten New-Gen, gleich im ersten Jahr. Romario Becker, nächster New-Gen, aus dem wurde auch nichts. Philippe Omanet, mittlerweile bei den Bayern. Gut, ja, darauf sehen wir, dass er eben ein ordentliches Transferplus gemacht hat von 50 Millionen. Achso, er hat ja geschrieben, dass er mit sehr vielen Ratenzahlungen gearbeitet hat. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass er deswegen diese hohe Gesamtsumme erreicht hat, weil hier natürlich nur die Gesamtsumme steht, würde ich mal vermuten. Das macht dann natürlich Sinn. Dann hat er sich hier geholt Fabio Miretti. Der sagt mir nichts, aber entwickelt sich sensationell. Dann Zlatan Ibrahimovic. Zurückgeholt zu Ajax, wie lange war er dort? Vier Jahre, schon cool. Matthias Tell, sehr spannend. Dann Duran Will, mittlerweile auch bei ihm. Ada Güler, auch bei ihm. Das ist schon witzig, wie du es geschafft hast, die dann halt auch alle zu halten. Edinson Cavani, Assistenztrainer. Wijnaldum und Ugo Loris. Also du bist anscheinend auch jemand, der bei so auslaufenden Legendenverträgen nicht Nein sagen kann. Das kenne ich auf jeden Fall. Shirian Timbo hat er da verkauft für 80 zu Manchester United. Auch nicht gerade ohne. Kenneth Taylor haben wir hier noch. Den gibt es noch. Francisco Concezau, natürlich auch ein spannender Spieler. Ja, Univar ist noch dabei. Aber seine Karriere bei Ajax ist auch schon Univar. Also, so. Ja, darauf 116 Millionen ausgegeben. Für Guetraogo. Für, uh, Saire Emery. Spannend. Dann Endrik hat er sich geholt. Der sich sowieso jedes Mal zur Weltklasse entwickelt. Also man sieht schon, dass er gut gescoutet hat, aber auch wahnsinnig viel Geld ausgegeben hat. Also, selbst wenn du das da mit Ratenzahlungen machst, sind das einfach immense Ratenzahlungen, die du ja für hast. Busquets, Silesen. Da dann Luis Suarez fix verpflichtet. So. Aber das gibt mir jetzt, also es wäre jetzt nicht unbedingt meine Art von Spiel so mit den Millionen um mich zu werfen. Aber es zeigt auf jeden Fall, wie gut du das gemacht hast. Und dass ich viel mehr mit Ratenzahlungen arbeiten sollte, glaube ich. Vielleicht auch gerade jetzt dann bei meinem Lask-Safe, wo ich eh so wenig Geld habe oder eigentlich gar keins. Jude Bellingham 2025. Nochmal für 136 Millionen. Mich würde echt interessieren, wie das mit den Ratenzahlungen aussieht. Da schauen wir jetzt vielleicht nochmal kurz rein. Hier Paul Pogba noch geholt. Der ist mittlerweile auch wieder vereinslos. Aber hier 26, 27. niemanden geholt. Im Jahr darauf nur drei Spieler. Darunter Jan Sommer, der jetzt keine große Rolle wahrscheinlich gespielt hat. Malongo. Junge Nugent. Wieder heftiger Marktwert. Also ich gehe davon aus, dass du mindestens einmal die Champions League gewonnen hast. Zum einen mit dem Kader, zum anderen mit den Marktwerten, weil die passen sich ja normalerweise hier an. Andre Onaná zurückgeholt. Finde ich auch irgendwie cool. Rivaldinho. Starker Nugent. Super Name. Michael Schmid, Österreicher, Linksverteidiger von den Bayern geholt. Laodimos, natürlich auch ein sehr, sehr spannender Keeper. Mittlerweile stammt er heute bei LA Galaxy. Und der hat auch ganz schön abgebaut. Also er ist noch immer sehr gut, aber war schon stärker. Und da haben wir noch einen Nugent aus Dänemark. Auch ganz interessant. Ah ja, da war Hato als sein bester Transfer. Boah, schaut euch den Marktwert an. Das finde ich aber schon interessant, dass das sein bester Transfer war mit maximal bis zu 65 Millionen. Und wie viel er da im Vergleich ausgegeben hat. Hier sehen wir aber auch wieder nichts ausgegeben. Zumindest jetzt bis 30. Juli nicht. Und einiges gekauft. Das heißt, seine Mannschaft steht. Ich glaube auch schon langsam, dass sich das vielleicht für ihn ein bisschen ausgespielt hat. Aber weiß nicht genau. Wir sehen auf jeden Fall, dass da hier viele Vereine interessiert sind. Jetzt gehe ich mal kurz auf die Zufriedenheit, weil mich gerade interessiert, ob du es denn schaffst, hier Zufriedenheit zu bekommen. Hier sehen wir, er hat um Freigabe gebeten. Also du hältst dann die Spieler auch bei dir, so wie es aussieht. Ja, unterstützt Mannschaftskollegen. Da dürfte es gekracht haben wegen Zabani eventuell oder wegen Ada Güler. Das könnte sein. Aber eher wegen Zabani. Das ist eben genau das, was ich mir denke, dass es da oftmals zu Problemen kommen kann. Hier auch zum Beispiel enttäuscht, nicht zu Arsenal zu wechseln. Enttäuscht, nicht zu PSG zu wechseln. Also da ziehst du das halt auch durch. Und da muss ich dann auch sagen, vielleicht kann ich da für mich ein bisschen was lernen. Sehr, sehr spannende Taktik. Die schauen wir uns dann gleich noch an. Ich möchte noch kurz auf die Transferklauseln schauen. Schaut mal. Da sind jetzt diese ganzen Transferklauseln drin. Wenn wir jetzt gehen zum Beispiel auf 50% seiner nächsten Transfersumme gehen an Jude Bellingham. Holy shit. Okay, das ist schon mal extrem. Dann haben wir hier weitere Ratenzahlungen. Ja, einmal im Jahr 7,5. Hier 2,5 im Jahr 30% des nächsten Profits. Okay, wir wissen jetzt natürlich nicht, wie du das in den ersten Jahren gemacht hast. Aber man könnte einen Eindruck dafür bekommen, wie du eben mit diesen Ratenzahlungen gearbeitet hast. Und ja, was haben wir dann noch? Der ist noch hier. Ja, jährlich 10 Millionen. Also so kriegst du es natürlich zusammen. Das ist ein ganz, ganz spannender Ansatz. Für mich persönlich wäre es jetzt um nichts, weil ich glaube, da tue ich mir ein bisschen schwer mit den Planungen. Wobei, das wird eh vom Budget abgezogen. Also eigentlich kann es dir eh egal sein. Aber es ist Wahnsinn, was du da eigentlich an Qualität zusammenbekommst mit diesen Klauseln. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Coole Idee auf jeden Fall. Danke für den Input. So, schauen wir zuerst noch, wie es international gelaufen ist bei ihm. Das interessiert mich jetzt gerade brennend. Da sehen wir schon mal, dass im ersten Jahr die Euroleague gewonnen hat. Im Finale gegen Manchester United 2 zu 1 gewonnen. Wir sehen also hier, der hat ja im ersten Jahr schon eine sehr, sehr schlagkräftige Mannschaft gehabt. Da hat er noch Arsenal im Halbfinale rausgeworfen. Im Achtelfinale Lazio, also nicht schlecht. Und hier in der Gruppenphase der Champions League. Achso, das war noch wirklich die richtige Gruppenphase. Da ist sogar noch Klusch in der Gruppe. Also mittlerweile auch unser Ex-Klub. Ein Jahr darauf sehen wir, dass er bis ins Achtelfinale der Champions League gekommen ist. Auch hier war es noch klassisch, die Gruppenphase. Da ist an City gescheitert, zu Hause noch 2-1 gewonnen. Aber auswärts dann leider keine Chance gehabt. Dafür den Pokal gewonnen. Ja, darauf wieder den Pokal gewonnen. Da ist er in der Liga-Phase der neuen Champions League gescheitert. Interessanterweise habe ich seit dem letzten Update, muss ich den Namen wieder machen. Weil alle anderen Namen sind gleich geblieben. Aber Roma heißt jetzt Kapitoline. Ganz spannend. So, dann sehen wir, dass er hier die Champions League gewonnen hat. 20-26 mit dem 2-0-Finalsieg gegen Arsenal. In den Runden davor Barca und Manchester United eliminiert. Gruppenphase. Gruppenphase vermeintlich unter Anführungszeichen einfach für die Champions League. Also mit Arsenal, mit Milan, mit Inter, Sevilla, Salzburg. Da sind jetzt nicht die ganz Großen dabei gewesen. Dann hat der Aston Villa herausgeworfen. Ja, weil hier sehen wir zum Beispiel, da war Liverpool dabei, da war Juve dabei. Da waren dann schon ein paar Große dabei. Da hat er im Jahr darauf aber wieder die Champions League gewonnen. Aber das ist das, was ich schon vermutet habe. Mit diesem Kader. Hier auch wieder die Champions League gewonnen. Und hier die Champions League gewonnen. Halbfinale-Club-WM. Finale-Club-WM hat er auch gewonnen. Das heißt, er war unfassbar erfolgreich. Und ja, ich sage mal ganz ehrlich, mit den Transfers musst du es auch fast schaffen. Also, ohne das jetzt runtersprechen zu wollen. Weil auch die Taktik, da sieht man schon, dass er sich unfassbar viele Gedanken gemacht hat. Weil das ist eine sehr, sehr spezielle Taktik. Wir sind hier zwei nach innen ziehende Flügelspieler mit einem Stoßstürmer und einem kompletten Stürmer. Die Kombi gefällt mir schon mal, weil der komplette Stürmer oftmals auch seine Position verletzt. Und da kannst du natürlich auch mit dem Stoßstürmer in diese Lücken kommen. Und vielleicht zieht da dann noch ein Verteidiger mit. Das macht natürlich Sinn. Die ziehen hier in den 10er-Raum. Und man hat zwei sehr offensive Außenverteidiger. Einen Box-to-Box mit Bellingham, der auch noch seine Position verlässt. Das heißt, du hast hier die drei als Restverteidigung. Sehr, sehr offensive Taktik. Das heißt, du musst wahnsinnig hoch dann drauf gehen. Hier hohes Pressing. Pressing fallen auf Außen. Er geht auch mehr in die Zweikämpfe. Und nach Ballverlust musst du auch unbedingt versuchen, das Gegenpressing zu schaffen. Ganz, ganz klar. Weil wenn du den da vorne verlierst, du hast nicht viel Restverteidigung. Du musst da schauen, dass du den Hoch zurückgewinnst. Er spielt sehr vertikal, sehr hohes Tempo. Interessanterweise hat er das Zeitspiel von Anfang an drin. Das finde ich auch irgendwie interessant. Pass in die Tiefe. Ich kann mir vorstellen, dass er eine sehr schnelle Mannschaft hat. Sehr kreative Mannschaft. Deswegen lässt er sich auch dribbeln und so weiter. Standards herausholen finde ich gerade... Also... Ja, weiß ich nicht. Würde ich vielleicht mit dem Team jetzt gar nicht machen. Aber schauen wir es uns mal genauer an. Ich muss noch schnell was trinken. Ohne Kaffee funktioniere ich nicht. So, Dennis Simon. Der ist halt wirklich ein Weltklasse-Torhüter mit seinen 23 Jahren. Sprunghöhe 20 ist super. Dann sehen wir Scalvini in der Innenverteidigung. Der hat eine 17er Sprunghöhe. Das heißt, da macht es vielleicht wirklich Sinn, dass man auf Standards geht, wenn der andere auch groß ist. Das müssen wir schauen. Passwert von 12. Technik 13. Übersicht 14. Das heißt, den kann man durchaus Ballerbahn spielen lassen. Antonio Silva noch stärker. Auch körperlich der Wahnsinn. Der gefällt mir richtig gut. Dann Pedro Porro. Den kennen wir ja selber noch zu gut. Bin großer Fan von ihm. Dann haben wir Baldea auf links. Dann haben wir Fabio Miretti im Zentrum. Der hält dann hier diese defensive Position und verteilt die Bälle. Das ist auch Weltklasse. Jude Bellingham. Weltklasse. Dann haben wir Ada Güler auf der 10. Weltklasse. Also da sieht man schon, warum der jetzt mehrmals die Champions League gewonnen hat. Das ist dann schon auf richtig heftigem Niveau, muss man ganz ehrlich sagen. Schauen wir uns mal kurz die Stats von Moukoko an. 22 Tore hier 35. Das war ein heftiges Jahr von ihm. Ja, sehr, sehr stark. So, dann hat er keinen Ersatzgeber auf der Bank. Hier hat er Onana unten. Und dazu noch Raoul Reverson. Einfach einen dritten Torhüter als Notnagel. Ilja Sabarni als Ersatzinnenverteidiger, der auch am Ball solide ist. Den würde ich auch wahrscheinlich nicht Ballspielern spielen lassen, aber auch körperlich der Wahnsinn. Das heißt, das ist wieder so einer, der dann halt natürlich super bei Standard-Situationen ist. Dann haben wir ihn hier. Den würde ich wahrscheinlich rechts nach außen, nach innen ziehen spielen lassen. Sehr stark. Es ist leider nicht sortiert, deswegen tut er immer ein bisschen schwer, aber vielleicht könnt ihr das in Zukunft machen. Rivaldinho. Spielmacher-Typ. Für 6 definitiv zu offensiv stark. Den würde ich auch nicht als Box-to-Box sehen. Also das wäre für mich dann der 10er wahrscheinlich. Weil eben, mit einem Tackling-Wert von 5 möchte ich den da eigentlich nicht vor der Verteidigung haben. Dann haben wir Linksverteidiger-Backup. Schaut euch mal die körperlichen Werte an. Dann den Schmied als gutes Talent. Hat der schon gespielt bei ihm. Vier Einsätze im letzten Jahr. Er ist 17, den kann man schon langsam ranbringen, das passt schon. Dann haben wir Endrik natürlich. Den würde ich dann... Gute Frage. Könnte rechts aus nach innen ziehen spielen, könnte Stürmer spielen, könnte diese Schattenstürmer-Rolle machen. Also der ist flexibel. Hängt wahrscheinlich davon ab, was du sonst noch so hast. Luca Romero. Das wäre für mich wahrscheinlich eher der Schattenstürmer oder auch rechts nach innen ziehen. Du hast einige Linksfüße, das sehe ich da gerade. Das wäre der 6er für mich. Backup. Dann haben wir Gure Traogo. Der könnte Box-to-Box spielen. Der ist offensiv und defensiv stark und laufstark. Dann haben wir Skjelderup. Genau, der zieht von links nach innen. So haben wir ihn ja glaube ich auch spielen lassen in der Vergangenheit. Peter Lauritzen. Dänisches Talent. Wilfried Zingo hast du auch noch. Zingo und Porro. Die haben wir auch beide bei Barca gehabt. Finde ich lustig, dass du die auch hast. Und hier unten haben wir noch Murphy Malango. Ein Nugent. Wunderknabe sogar. Marktwert ist gigantisch. Richtig stark mit Line. Aber das ist glaube ich gar nicht so viel. Ja genau. Hier sehen wir, dass er da ein bisschen was verliehen hat. Unter anderem auch das Megatalent Paul Wanner. Und hier noch ein paar richtig starke Spieler. B-Mannschaft. Auch heftig. Aber das ist ja auch typisch für Ajax. Dafür ist die U18 jetzt gar nicht so übertrieben. Aber das ist halt, weil du die Talentiertesten wahrscheinlich so nach oben gezogen hast. So die Finanzen. Da bin ich jetzt mal gespannt. 117. Da sehen wir. Er hat echt stark begonnen. Mit 166 Millionen. Wobei das war 2024. Aber man sieht hier schon, dass er halt auch gewaltig in die Schulden gekommen ist. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwie mit der Ratenzahlung zusammenhängt. Dass sie das von den Budgets ja doch gar nicht so gut kalkuliert haben. Wäre nur so meine Vermutung. Also rein finanziell überzeugt mich der Safe nicht. Und ich bin jetzt auch. Sagen wir so. Ich glaube wir können jetzt eh schon zum Fazit kommen. Also ich finde es eine richtig spannende Herangehensweise. Die Taktik ist sehr interessant. Und was ich sehr gut an dem Safe finde ist, dass er keine hohe Fluktuation hat. Also viele der Spieler, die er im ersten Jahr geholt hat, sind dann auch wirklich ewig geblieben. Diese Ratenzahlungsthematik, die bringt mich natürlich zumindest zu dem Gedanken, dass ich die auch öfter nutzen sollte. Weil du da eben auch wirklich nicht ganz so viel Budget brauchst. Und das ein bisschen aufteilen kannst. Nachteil an der ganzen Geschichte ist, finanziell nachhaltig ist der Safe nicht. Und ja. Realistisch würde ich es jetzt vielleicht auch nicht unbedingt nennen. Aber es ist gut gemacht. Ich meine, wenn die Spieler Interesse haben zu ihm zu kommen und er sie über diese Art und Weise bekommen kann, dann ist das natürlich eine spannende Herangehensweise. Also vielen Dank fürs Schicken. Ich bin mal sehr gespannt, was die Community so zu dem Safe meint. Weil die Herangehensweise so stark mit den Ratenzahlungen zu arbeiten, kenne ich persönlich noch nicht. Aber da bin ich jetzt auf eure Meinungen gespannt. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns nächste Woche dann zum Saisonübergang mit Bordeaux und auch zum Saisonstart dann mit dem LASK, beziehungsweise zumindest mit dem Pflichtspieldebüt. Und da werde ich noch jede Menge scouten nächste Woche. Habe ich gestern schon die Parts aufgenommen. Ja, machen momentan alle Saves richtig viel Spaß. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und eine schöne nächste Woche. Bis bald. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag.